So, willkommen zurück zu Layers of 4 und zwar bei der Erweiterung... Boah, hier ist wieder alles... Alles so riesig hier, ey, da ist der Irre... Okay, da ist... So, noch braucht man einen Schlüssel... Der blutet ein bisschen... Boah, hier waren wir ja schon mal... Oder? Ne... Hat sich ein bisschen verändert hier... Da ist ein Raum wieder... Oh man, ey... Tausend Räume hier... Nur da ist wieder zu... Deine G mindfulness Dich, wenn es ein bisschen kreiselt... Oder uns insonniert... Eheheh... Dich, Dich... Dich, Dich... Dich, Dich... Dich, Dich... you happy birthday dear okay schöne geburtstag zu haben heute die kleine gehöre ok okay ich müssen verändert hier die will mir irgendwas sagen wahrscheinlich nicht verrückt also schnell kann kein schwanz ließen schluss wir sind etwas runter gefällt Ah, wieder zurück, ey. Oh, Gott, ey. Uff. Alter, ich ist halt doch krank, ey. Hm, hört sich schon an, hört sich schon an. Das Tippen der Ohr, ey. Das ist ja bescheuert hier, Alter. Na, super. Oh, das ist ja los. Ob das jetzt so? Ja schon. Ach, rick dich ab, ey. So. Ist aber alles kaputt. Hier ist noch eine Scheiß-Tür. Ach, wieder so viele Scheiß-Wieger. Der Mr. Katze. Der Roller. Belohnung. Alle meine Puppen-Adrese. Sehr schön, dann kann ich ja wieder raus hier. Oh Mann, ey. Was? So. Boah. Alles klar. Hier kommen wir hoch. Na komm. Sehr schön. Jedes Mal verändert sich ja, warte. Ne. Oh, jetzt haben wir irgendwo aufgenommen. Hm. Aber für was? Das ist die Frage. Ah. Oh. Was ist denn das hingeflogen? Oder braucht man noch irgendwas? Na hier oben noch mal gucken. Da haben wir wieder einen Zettel. Mama, Papa, Kind. So ein Schein. So. Na, das hält schon. Hm. Nochmal irgendwo hoch. Ah, dieser Scheiß Mistvieh, ey. Hier war weiter nischt. Nochmal hoch. Und hier ist auch weiter nischt. Und hier können wir auch nischt mehr nehmen. Hm. Wie kommt man denn da hin? Hm. Mal probieren. Ah, da kommen wir gar nicht ran. Fuck. Oder? Oh, doch. Sehr schön. Ah. Na endlich. Komm, beweg dich. Komm, beweg dich. Komm, beweg dich. Du bist. Du bist so krank. Du bist so krank. Du bist nicht richtig denken! Du bist richtig. Ich bin sick. Ich bin sick von dir nicht zu sein für uns. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Was war das letzte Mal, dass du mit mir sleptst? Oh Gott! Was war das letzte Mal, dass du mich selbst touchst? Was war das für mich? Was war das für mich? Hm. Noch mal. Meine Fresse, ey. Wir haben ja auch so viel Zeit, ey. Komm, bewegt dich. Du bist verrückt! Du denkst nicht direkt! Ach man, ey. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Noch mal. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Du bist verrückt! Du bist verrückt! Du bist verrückt! Du denkst nicht direkt! Du bist verrückt! Du bist verrückt! Du bist verrückt! Ich bin verrückt! Ich bin verrückt von dir nicht zu sein für uns! Wir brauchen dich! Ich brauche dich! Ich brauche dich! Wann war das letzte Mal, dass du mit mir sleptst? Christ! Wann war das letzte Mal, dass du mich selbst touchst? Komm! Noch ein Stück! Wann war das nicht los? Ich weiß nicht, dass mein eigenes Mann schrecklich ist! Ich kenne die Mannschaft. Wann wörter? Wann wörter du mich? Wann wörter mich? Ich bin zu wörter, die ich das, was ich zu beschäftigen. Wann wörter's schmerzen? Wann wörter was in deinem Spruch. Wann wörter? Du bist so, Arbeit? Du bist da, wörter? Du wörterst da? Du bist da, da? Du bist da, das? Komm raus, siehst du wie Scheiße, schweißen von Blüten und schweißen Piss. Das hast du gut gemacht. Da komme ich leider nicht lang. Was? Oh, das... Das ist alles gut, Hone. Das ist alles gut. Du bist eine gute kleine Mädchen und gehst ins Bett. Der Vater arbeitet, also... wir können ihn nicht beschleunigen. Mama muss nach unten gehen und eine Batsche nehmen. Ich liebe dich. Mehr als eine Frau, sie war der erste und vor allem seine Muse. Seine Schönheit und Talente fiel ihn. Nach dem Erkrank wurde sie ein Verbrechen. Ein wunderschöne Monster, die von ihrem Bett ausgerüstet. Ein Anker, die ihn unterbreitet. Ein Haus in Flamme, was sieht so aus? Ach du Scheiße. Mein Testament, ich... Ich... ...mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd... erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinen Agenten Thomas Kelfel vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nestet. Und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Vorleger Laien Brixton vermache ich die Flammen, die in die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist. Und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balk, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meine Restarbeit, James, Jerome, Sattler, vermache ich die Krankheit, die meinem Verstand und meine Seele verrotten ließ. Damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus den Gebell kriechen, hinterlasse ich nichts zur Hölle mit euch allen. Vor guter Letzt vermache ich dir, meinen geliebten Tochter, meinen gesamten ödlichen Besitztümer, was auch immer sie wert sein möge, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden. Dein wahres Potential zu erkennen, das letzte und kostbarste Geschenk jeder kann nicht ich dir geben, das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Jetzt spielen wir wahrscheinlich wieder die Frau. Jaaaa... Hier stand das Klavier mal. Und hier haben wir auch noch mal ein Rat. Warte. Lügen, 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 lügen. Lügen, lügen, lügen. Rütend, Mutter weint. Kann man das so auch kennen. Oh, du bist genau wie dein Vater. Du weißt nicht, dass du mich nicht interessierst. Du wirst wahrscheinlich, dass ich tot war. Alter. Jetzt merkt man erstmal den Ausmaß, was hier passiert ist. Die war ja zu, wa? Ja. Am Keller waren wir auch noch nicht. Okay, Lichtschalter gibt's nicht. Alter, wie sieht denn das hier aus? Lieber Herr und Frau Kürkstein, ich flöre euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gib sie mir zurück, 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 gib sie mir zurück. Und so weiter mit freundlichen Grüßen. Und so weiter mit freundlichen Grüßen. Was ist das? Tochter am Klavier. Frau im Holzstuhl. Tochter am Klavier. Frau im Holzstuhl. Für uns ist das hier, wenn wir die Schalter durchführen. Und hier ist... Vielleicht dann nicht, kommen wir erstmal wieder zurück. Puh. Gut, hier ist... Vielleicht dann nicht, kommen wir erstmal wieder zurück. ich glaube gar nicht eine starke alle zack rote farbe Was ist das? Was ist das? Sie sind sehr gut und füllen und füllen, aber auch sehr jung und inexperienced. Wir versuchen, sie zu finden, einen mehr Poignant-Season zu finden. Wo sie wiser sind und haben ein paar Geschichten zu erzählen. Nein! Halt das! Du bist so gut! Ach du Scheiße. So, und was müssen wir jetzt hier machen? Okay, dann nehmen wir noch ein. Juchwax. So, und irgendwo war noch die blaue Farbe, ja? Ja. Mal gucken. Oh, sie schweigen in der Brede. Aber sie sind nicht mehr wunderschön. Nur wie du! Nein! Nimm mal den. Auch nicht. Nimm mal den. Nimm mal den. Auch nicht. Ja, die ist noch nicht soweit. Aber man muss. Nimm mal den. Nimm mal den, was wir noch, die gleiche Farbe? Ist ja doof. Vielleicht blau-grün. Nein! Lass das runter! Du machst so gut!